Also ich gehe in kein Konzert mehr, wenn ich darauf gefasst sein muss, dass plötzlich ein Trompeter, theoretisch oder praktisch, in eine Geige blieze. Und wie heißen Sie mit Vornamen? Renate. Ach, Renate. Und weiter? Dinkel? Ach ja, natürlich. Werther? Ja? Das Ei ist hart. Kann mit dir über Atom, Müll reden, über Ölkrise, Wahlkampf und Umweltverschmutzung. Aber über nichts Wichtiges. Kann ich plötzlich. Ich wollte immer nur hier sitzen und mich entspannen. Wenn du dich wirklich entspannen wolltest, dann würdest du nicht die ganze Zeit auf mich einreden. Hollerö, dödl, dödl, dödl. Du, dödl, die. Dödl, dödl ist zweites Futur bei Sonnenaufgang. Untertitelung